Drei Jahre nach dem Überfall auf Markin treten wir nun einen Angriff auf die Insel Pelelio an. Diesmal müssen wir keine Kriegsgefangenen retten. Unsere Mission? Das Flugfeld einnehmen und ihr Versorgungsnetzwerk zerstören. Neben bekannten Gesichtern finden sich auch frische Rekruten. Die älteren Jungs wie Miller, Sergeant Sullivan und ich werden schon als alte Garde bezeichnet. Halt. Keiner von uns hat die 30 erreicht. Es wird Zeit. Viel Glück, allen. Jetzt gilt's, Miller. Reißen Sie sich zusammen und wir sind in drei Tagen hier durch. Dann los. Die Schweine werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Die Navy bombardiert diese Insel seit zwei Tagen ohne Unterbrechung Pele. Wenn wir am Strand auf Widerstand treffen, schaffen Sie das Funkgerät her und rufen Sie Raketenunterstützung. Roebuck, den Strand rauf und zum Waldrand. Ich will Sie da sehen, wenn wir landstrahlwärts marschieren. Was zum Teufel? Was ist das einer von uns? Scheiße! Östlicher Kamm, da steht ein 200 Millimeter Geschütz. Urgebar, Marine. Nach einer LBZ wurde getroffen. Alle Mann, Köpfe runden halten. Verstanden? Noch 20 Sekunden! Durchhalten, Kleiner. Wir müssen von dem Ding runter! Oh, scheiße! Fahrer, Rampe öffnen! Sie nehmen uns jeden Moment des Visierers! Sie sind auf die... Die Rampe aus! Ich hab die Mäler! Sie sind partei! Das Flugzeug ist zum Teufel! Die Japaner haben direkt hinter der Waldgrenze einen Verteidigungsverfahren. Schweres MG-Feuer! Die zerlegen den verflixten Strand! Fordern Sie Raketenbeschüsse! Sofort! Winkel 3-5! Entfernung 28! Ist unterwegs! Gute Arbeit, Marines! Am Waldrand neu gruppieren! Bewegung! Von wo kommen die Schüsse? Sie dürfen euch nicht ins Visier nehmen! Bewegung! Bewegung! Was zur Hölle ist da schiefgelaufen! Es sollte keinen Widerstand geben! Der Raketenbeschuss sollte sie mürbe gemacht haben! Unten bleibe! Allemann bereit! Was machen wir jetzt? Bewegung! Wir müssen die Zeit schwinden! Los! Scheiße! Erledigt sie! M-G-Stellung! Auf den Boden! Wärme der Verfahren! Alle Augen, die Schüsse! Bayonette montieren! Nutzen sie, falls nötig! Sie sind nass! Wir sind dran! Tendorhüter! Salve! Cool! Volltreffer! Feindliches MG, da drüben beim Steinschilder. Granate unter! Streitwaffe! MG! Leere gegen Sie ein Feuer! Leere Hilfe, hier drüben! Wer ist euer Salve? Waco 2, 5! Effektiv! Sie ist zerstört! Feuer überdrückt! Ich weiß, dass Sie da sind! 5, 10 Sekunden! 10 Sekunden! 5 Sekunden! 35 Sekunden! Euer Ausgangs 19,5! Wie lautet das in dir? Die Beschädigung! Leere! Mach den! Bleib runter! Lasst ihr nicht, mach ihn! Locker! jump in! Sie kommen hierher! Er hat mich nicht! Sie kommen hierher! Sie kommen hierher! Entdeckung! Granate! Sie kommen hierher! Sie kommen hierher! Sie kommen hierher! Abknallen! Im Gras! Sie kommen hierher! Guter Schuss, Männer! Zusammenbleiben! Scheiße! Sie kommen hierher! 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 Miller! Einen Raketenschlag gegen das MG-Nest anfordern! Schwerfeuerweite! Waco 2, 5. Elfe kriegt! Zertifiz zerstört! Feuer überprüfen! Miller! Wir müssen überraschen! 5, 10 Sekunden! Wie kriegt das hier? 10 Sekunden! 5, 10 Sekunden! War ihr Schwerfeuer verfügbar? Wir hören Sie! Gebt Ihnen das alles zum Land! Feuer weiter! Feuer weiter! Oh! Sie registriert! Feuer! Die Leiter rauf! Fünfzehn Sekunden! Macht sie fertig! Zehn Sekunden! Fünf Sekunden! Ausgerichtet! Ziel durchgeben! Over! Scheiße! Schnauzergrube hinter uns! Wir haben diese Truppen festgenagelt! Randonieren gehst und erledigt sie! Sie kommen mit! Feindliche Panzer! Mordern Sie diese Raketen an! Verstanden! Da kommen sie! Da kommen wir los! Panzer! Fordern Sie einen breiten Raketenbeschuss an! Zufall! Alles los! Feuerfeuersalbe! Wirkaufschreibe! Effektiv! Ziel zerstört! Feuer überprüfen! Raketensalbe verfügbar! Ziel registriert! Feuer! Gute Arbeit! Wirklich gute Arbeit! Gute Arbeit! Von allen! Alle mir nach! Küstenraketenbeschuss steht bereit! Was jetzt, Sarge? Sichert die Umgebung, Männer! Auf der Ville vom Major-Bahn! Wann machen wir mal Pause? Kulonski, nein! Bitte nicht! Okay? Das ist nicht! Nein! Sarge, nein! Don't schalten! Alles wird gut! Sanitäter!